Hallo ihr Suppentrullis, willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge von Forrest. Einsatz in vier Wänden ist ausgestorben. Und wir haben ein bisschen schon mal weiter vorbereitet. Nein, Spaß beiseite. Das Blüde ist, ich war ein paar Tage krank gewesen. Und das nächste Pech war einfach nur, ich musste die Festplatte nochmal neu machen. Das heißt, mit neuen Windows hier bespielen und dann blablabla und wieder von vorne. Und dann wusste ich gar nicht mehr, wo wir unsere Hütte, angefangene Hütte hingestellt haben. Und somit habe ich jetzt halt ein bisschen vorgearbeitet. Und halt, dass wir das Ganze ein bisschen ersparen, schon mal angefangen zu bauen. Jo, das ist hier Little Normandie am Forrest auf der einsamen Insel der Kannibalschweine. Die Axt habe ich auch schon mal mit Vögelschamhaare, äh, mit Federn, ha, ja, Federn, mit Federn und Zähne schon mal gut bearbeitet. Das heißt, wir brauchen nichts von vorne machen. Es geht jetzt einfach ganz normal weiter. So, und da es gerade hell wird, gehen wir jetzt nochmal raus und sammeln noch ein bisschen Holz. Jo, da habe ich schon mal vorbereitet. Habe hier so eine kleine, süße Connibalenfalle dahingestellt. Das heißt, wenn die Leute hier einbrechen wollen, so nach dem Motto, jo, dann hängen sie sich da auf, ne? Jo, denn... Oh, ne, das ist so eine Fressbagge. Oh, Alter, leck mir das. Leck mir doch die Rosette. Äh, ich habe keine Riegel mehr. Oh, echt. Nachteil bei Forrest ist, der Kerl ist einfach verfressen, ey. Schlimmer, schlimmer als ein Hamster, ehrlich. Jo, so eine kleine Hanfplattage habe ich hier auch schon hingestellt, damit wir besser kämpfen können, wenn wir high sind. Wenn wir Besuch von den Kannibalinskis kriegen. Äh, Alter, ab jetzt. Du, gehst du. So, wupp. Schon mal Nummer 1, der Äste. Ah, Nummer 2. So. Steinen auch nochmal aufsammeln. Äh, ja. Ich würde mal sagen, haben wir hier nochmal ein kleines Feuerchen. Nee, wir machen das ganz anders. Weil, ne. Hier, habe ich auch noch was Feines. Kotz doch, kotz doch. Ich muss mal zum Flugzeug zurück und eine kotze die Hülle. Ach ja, stimmt. Das ist übrigens, ja. Die Schiefhütte. Ich weiß nicht. Seit der letzten Pause vom Let's Play. In knapp einer Woche. Hm. Also der Lümmel hier müsste wahrscheinlich in der Hütte drinnen so einen abgelassen haben, dass die Wände sich halt, äh, bewegt haben, ne. Keine Ahnung. Oder die Kannibalen haben den Mund gerohnt. Oh, 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 oh. Oh, 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 eh. Liebling, bleib hier. Oh, äh, alte feige Ratte, du, ich krieg dich. Oh, was ist das denn für ein schönes Köpfchen da? Hä? Wo ist denn die Sau hin? Haha, guck mal. Da rennt er von mir weg. Hallo, Elite! Super! Survival! Survival! So. Gleich wieder Lurchfleisch. Nein, den Kopf will ich nicht. Da ist eine Zunge dran, das ist mir zu pervers. Das ist was für Eis.de. Alter, jetzt hau doch mal rein da. Meine Güte, frest doch, hack ey. Hier, noch ein Stein. Das ist gut. Ja, dann gehen wir mal zurück zu den Eingeborenen. Mal ein paar Cola-Dosen und ein bisschen Futter einsammeln. Beziehungsweise solche süßen Müsli-Riegels. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin zu faul, da ein Lagerfeuer hinzustellen und da irgendwelche Köpfe oder Beine oder Lurchisch zu grillen. Das ist was für schwule Metzgers. Oh, Harnsteine! Ich pinkel Harnsteine! So. Hä? Was war das? Ein paar Klamotten, das sind auch noch ein paar Wichstücher. Kann man ihn zerhauen hier? Ne, der gehört nicht zu der Passagierliste. Ja, übrigens auf der Passagierliste. Im Flugzeug. Das sieht man aber auch dann an den Namen. Weil, wenn ihr jetzt an solchen aufgehangenen oder aufhängenden Leute da seht und wenn er seinen Block rausholt, dann könnt ihr nämlich dagegen schlagen in die Passagiere. Da kommt sogar noch Geld raus. Das ist das Gute. Ja, Forrest gibt's hier leider keine Kannibalenbank. Das ist das Blöde. Also müssen wir halt in den Momenten nachhelfen. Spaghetti Caromara à la Bauchade. Ah, Fleischi! So. Äh. Muss ich jetzt mal gucken. Ah, hier, Kloos. Das ist gut. Das ist für unseren Molotow-Cocktail. Damit wir den Kannibalen in zwei der Aschritze verpassen können. Oder die Eier wegbrennen. Barbecue, ja, Glockern. Hehehe. Äh. Warte mal, hier war doch irgendwo... Ah, hier ist auch noch Stoff. Also Cola-Dosen haben wir schon mal. Das ist gut. Ich brauche nur solche Riegelchen. Beziehungsweise was zu fressen. Oh, ne. Alter, jetzt... Hä? Oh, mach doch schon wieder Updates im Hintergrund. Ich kotze ins Essen. Alter. Hallo! Ey, Arschloch. Was ist los mit dir? Komm mal her. Ich hab was für dich. Geh zu Dr. Stefan Frank. Möchte ich dir gerne empfehlen. Der Arzt hat dir die Kannibalen verhaut. Ja! Rasier mich, du Fleisch-Mack, du! Hehehehe. Danke. Du hast doch noch nicht beim Zahnarzt, ne? Oh, hab ich jetzt eure Möbel.de Einrichtung verhauen? Das tut mir ja überhaupt nicht leid. Ich wollte auch nur ein paar Müsli-Riegel holen. Wer will ich nicht von euch? Weil ich brauch was zu fressen, nämlich. Das ist das Ding, Leute. Mal gucken, vielleicht hab ich hier noch ein paar Dynamit-Stangen. Ah, da. 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 Ja, wir haben kein Geld mehr. Schade. Keine Paddas mehr. Aber ein paar Dynamit-Stangen, das ist doch wunderbar. Steck mal schön Böller in Arsche. Ja, ich bin behilflich, ne? Also, wenn die Kannibalen mal kacken möchten, schieb ich einfach mal so ein Ding unten rein in die Röhre. Ja, nur auf eine Gefahr halt. Das ist, dass sie zerfetzen, aber das macht nix. Dafür sind sie die Scheiße schneller los. Mann, ich bin schwer pervers. Ich habe kaum ein paar Minuten gespielt, dann geht's wieder los. Mann, 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 Mann. So. Na, ich weiß jetzt nicht. Tue ich mir jetzt weh, wenn ich hier durchlaufe? Gut. Hä, wieso? Ah. So. Dann, ja, werden wir mal weiter Holz hacken. Ne, wir gehen nicht Holz hacken. Ich habe eine gute Idee. So, ein paar Cola-Dosen reinpfeifen. Rüstung ist auf jeden Fall wichtig. So. Das Blöde ist halt jetzt nur... Ach, ich hasse das. I hate this. Lecomio. So, ein Feuerchen mal nehmen. Oh, eins. Hierhin stellen, so ein kleiner Barbecue-Tisch. Ah, der macht schwerer Update im Hintergrund. Na ja, kriegen wir schon hin. So. Dann wollen wir mal das Gerät anzünden. Ah, so. Wupp. Grill schneller. Bewegung der jungen Mann ist hungrig. Zum Beispiel. Fütt. Hör. Die fliegen da oben, ich wollte gerade den Schatten. Hör, ich wollte gerade den Schatten hauen. So einer. Los. Friss. Ich hab Hunger. Hallo. Kaninchen. Komm doch mal her. Ich mag euch doch. Mensch. Mann, ihr seid so gemein. Ehrlich. Immer auf die Kleinen. Ganz ehrlich. Ich hab die Schnauze voll. Ich verklag euch langsam hier. Kaninkels. Ja, dann schenke ich euch sogar noch eine Sendung bei Vox. Ne? Verklag mich doch. Auf Kaninkelsch. Hehe. Kaninchen-Sprache. So. Dann muss ich mal loslassen. Ja, lass. So. Dann. Nein. Ja, genau. So. Dynamitchen nimm, weil... Ich bin zu faul. Holz zuhacken. So. Jetzt aber. Fröhliches Hanukkah. Frohes Neues zu Osten. Allege Dotsdra. Naaah. Äh. Ah. Na? Ja, 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 ja. Du sollst in meine Richtung gehen, du blödelhüdel, du. Tu mal. Äh. Hör doch mal auf. Wo? Wo ist mein... Da. So. Wir wohnen ja in der Nähe von den Kannibalen. Das ist ja der Vorteil, nämlich. Da können wir jedes Mal hingehen und die beklauen, ne? Hiiiihihi. So. Muschi Hannes. Ab auf dem Wegelchen. So. Nächste Runde. So. Wir schmeißen jetzt... Ich weiß nicht, welche... Das ging die ganze Zeit in der Hand. Oh, der Ding auch explodiert, ey. Ich hab keine Ahnung, also. Auf eigene Gefahr. Äh. Olle. Hoppati. Ah. Zu früh, glaub ich, ne? Oder nicht? Oh, alter. Schiel doch. So. Dann deponieren wir das Ding mal gleich. Genau. Hier ist gut. Ui. Boah, spieler zu weit, glaub ich. Yo. Wow, 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 wow. Gruselbaum, alter. Oh, jetzt können die Dinger mir auch noch alle flöten. Cool. Wie geil ist das denn, ey? Du stellst dir das Ding nieder einfach hin, ne? Der hat keinen Bock, umzufallen. Naja. Welcher männliche, ja. Hat schon Lust, dass da irgendwas abknickt, ne? Wieso was in der Badewanne? Oh, nee. Jetzt will mir die... Oh, Mann, ey. Ehrlich, deswegen gehe ich auch nicht nach Ikea. Sondern lieber im Wald. Wiii. Fröhliches... Nein. Yeah. Bingo. Das nennt sich mal Highspeed-LTE-Baumsturz, ja. Baumfällen. He, he. Baumsturz, ja. Gutes Deutsch, ehrlich. Ja, wie ich das schon wieder erzähle, also... Da würde meine Oma im betrunkenen Zustand denken, dass ich, äh, ja. Auf seiner letzten Klapsmühle ausgebrochen bin. Alter, hör doch mal auf, da, die Updates zu ziehen, du blöde Sau. Hallo, aufwachen. Ich kotze im Brei, ehrlich. Ha. So. Wie ein Rollstuhl. Oder ein Krankenhaus. Wiii. Schade, dass man kann die Beine damit nicht transportieren kann, oder doch. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss nicht mal ausprobieren. So. Ja, irgendwie sieht das pissig aus hier. Ich hab keine Ahnung. Naja. Mal noch was provisorisches hier hinstellen, ne. Äh, nee, kein Hausboot. Keine Fallen, nein. Hier, so ein Dachlattenzaun, würde ich gerade sagen, ne. Aber das sieht blöd aus. Ja, das ist eine gute Idee. Ejo. Ich weiß ja, was ich jetzt hinstelle. So ein Buntstiften-Zaunfall. Da ist er. Wie Kai aus der Kiste. Sehr gut. So. Dann stellen wir das Ding mal... Das sieht zwar potthässlich aus, aber egal. Hauptsache bewohnbar, ne. Oder wie sagt man immer. Jo. So. Oh. Entschuldigung. Das war... Ja. Nix. Hier ist ja eigentlich auch so schlechte Luft. So. Das sieht zwar ein bisschen pervers aus, aber... Das macht ja nix. Wie sagt man immerhin, besser als gar nix, ne. Hihihihihi. Cool. Cool. Sieht richtig schäbig aus, ey. Wie so ein falsches Haus, ey. Wo der... Wo der echt nur denken könnte, dass der Architekt echt besoffen müsste. Ja, ich würde mal... Warte mal, ich würde mal kurz hier mal gucken. Ja. Ne Treppe wäre cool. Auf jeden Fall würde ich mal ne Treppe hier hinstellen. Das ist ne verdammt gute Idee. Irgendwie auch ne Treppe hier. Warte. Sehr gut. Hier können wir zum Beispiel Fische trocknen. Ne. Vorher nochmal mit Ariel nochmal waschen. Wenn wir die außen... Nein! Alter! Ich soll doch keinen Abgang machen! Oh. Püffel-Müßel, du! Brrrr! Wo willst du hin? Denn runterspringen macht jetzt keinen Sinn. So. Jo. Da werden wir hier gleich nochmal ein Fensterchen hinstellen. So ein bisschen Panorama. Aber cool gemacht, ey. Muss ich mal sagen. So ein herrlichen Blick. Ist cool. Also für das Haus hier... Würde hier auf jeden Fall noch ein paar Sprengfallen hinbauen. Jo. An dieser Stelle, liebe Leute. Mama Cat. Und dann... Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bleib dran. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.